Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und das sind die Nachrichtenthemen dieses Samstags. Immer mehr Opfer im Erdbebengebiet. Die Zahl der Toten steigt auf mehr als 25.000. Nach Tumulten müssen Helfer ihre Arbeit unterbrechen. Visa-Erleichterung für Überlebende. Bundesregierung will Türken und Syrern die unbürokratische Einreise zu Verwandten in Deutschland ermöglichen. Und ein Gesicht der Wende. Ex-DDR-Regierungschef Hans Modrow stirbt im Alter von 95 Jahren. Mehr als 25.000 Tote. Das ist die aktuelle Opferzahl aus Syrien und der Türkei. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sie sich mindestens noch verdoppeln wird. Die Trauer schlägt offenbar zunehmend in Wut um. Berichten zufolge gibt es Plünderungen und Aggressionen, auch weil es am nötigsten fehlt. Wegen der Sicherheitslage haben mehrere Rettungsteams in der türkischen Region Hatay ihre Arbeit unterbrochen. Dennoch gelang es Helfern, etwa in Gaziantep auch heute noch Überlebende zu bergen. Jörg Brase. Es gibt sie noch, die Wunder, auch nach über 120 Stunden noch. Hier wird am Morgen eine fünfköpfige Familie aus einem Haus in Nourday in der Provinz Gaziantep gerettet. Doch es gibt auch Rückschläge. Am Samstag erreicht die Retter der deutschen Hilfsorganisation ISA eine bittere Nachricht. In einer dramatischen Rettungsaktion hatten sie gestern Zeynep Kachermann aus den Trümmern ihres Hauses retten können. Doch die 40-Jährige starb stark geschwächt am Morgen im Krankenhaus. Immerhin war sie über 100 Stunden wirklich richtig verschüttet, also nicht eingeschlossen, sondern verschüttet. Kurz darauf mussten die Helfer von ISA und Technischem Hilfswerk die Arbeit einstellen. Aus Sicherheitsgründen. In der Provinz Hatay waren Schüsse gefallen. Die Stimmung wird aggressiver. Das ist zum einen der Tatsache schuldet, dass jetzt Nahrungsmittel ausgehen, dass die Wasserversorgung ausgeht und dass die Leute dann auf der Suche nach Nahrungsmitteln und Wasser sind. Eine zweite Sache ist halt noch, dass die Hoffnung, die man hatte, jetzt zunehmend schwindet und dass diese Hoffnung dann auch in Wut umschlagen kann. Bei vielen liegen die Nerven blank. In Karamanmarasch wird ein Ehepaar von Anwohnern gestellt. Es soll verlassene Wohnungen geplündert haben. Diebstähle werden auch aus anderen Teilen der Krisenregion gemeldet. Das türkische Verteidigungsministerium schickte über 25.000 bewaffnete Soldaten in die Erdbebengebiete um zu verhindern, dass Plünderungen und Gewalt eskalieren. Wir haben den Ausnahmezustand erklärt. Das bedeutet auch, dass jeder, der in Verbrechen wie Plünderei oder Entführung verwickelt ist, die starke Hand des Staates zu spüren bekommt. Im syrischen Aleppo werden offenbar keine Überlebenden mehr gefunden. Über 200.000 Menschen, schätzen die Vereinten Nationen, sollen allein in Aleppo obdachlos geworden sein. Dort traf heute der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Gebreyesus, mit einem Hilfstransport ein. Wir haben Nothilfeausrüstungen und andere Hilfsmittel gebracht. Das war heute die erste Lieferung. Eine zweite wird morgen folgen und es wird sicher noch weitere geben. Aleppo liegt in einer von der syrischen Regierung kontrollierten Region. Das Erdbeben aber wütete auch in Rebellengebieten. Dort warten die Menschen weiter auf Hilfe von außen. In den Katastrophengebieten stellen sich zunehmend Fragen. Vor allem, warum waren so viele Gebäude nicht erdbebensicher gebaut? Antworten finden sich dort, wo trotz der Erschütterungen die allermeisten Häuser stehen blieben. Etwa im türkischen Adana. Weniger Korruption, weniger Pfusch am Bau. Doch auch dort gibt es Tote und Leid. Anne Brühl berichtet aus der Zwei-Millionen-Stadt. Eine Schnellstraße, intakte Hochhäuser. Es erschließt sich nicht auf den ersten Blick, wie stark auch Adana vom Erdbeben betroffen ist. Und wie schnell sie hier die Trümmer schon beseitigt haben. Hier stand mal ein 13-stöckiges Haus, erzählen uns Nachbarn. So einen Krach habe ich noch nie gehört. Danach dann der Einsturz von diesem Gebäude, wie eine Bombe, die Schreie der Menschen. Mir geht es psychisch nicht gut. Ein Ingenieur der Stadtverwaltung ist gekommen, spricht mit den Nachbarn. Ihre Häuser sind einsturzgefährdet. Eigentlich darf niemand sie mehr betreten. Viele versuchen aber trotzdem kurz das Nötigste aus ihren Wohnungen zu holen. Fünf Tage nach dem schweren Beben sind in Adana fast alle Einsturzstellen geräumt, die Toten geborgen. Wie viele Menschen hier gestorben sind, ist immer noch unklar. Die Hilfe für die Überlebenden hat jetzt Priorität. In einem Bazar in der Innenstadt hat der türkische Katastrophenschutz Zelte aufgebaut. Für die Überlebenden. Für die, die nicht mehr zurück dürfen in ihre Häuser. Ismail Sarac ist mit Frau und drei kleinen Kindern seit Montag hier, zeigt uns sein Zelt. Weil es nachts so kalt wird, haben wir mehrere Decken. Jeder hat drei bis vier Decken. Auch in Adana ist Sicherheit inzwischen ein Thema. Alles in Ordnung, sagt uns der Polizeichef im Interview. Wir als Polizei haben bei allen eingestürzten Häusern Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Wir haben denjenigen, die bei Rettungsaktionen dabei waren, geholfen. Wir treffen auch Maßnahmen gegen Diebstahl. Während er mit uns spricht, haben seine Kollegen auf der Straße einen Plünderer erwischt. Sie haben es gehört, wegen der Sicherheitslage haben Rettungskräfte wie das THW ihre Arbeit unterbrochen. Fragen wir Anne Brühl. Sie berichtet seit Tagen aus dem Katastrophengebiet. Anne, wie sind eure Eindrücke? Wird die Stimmung aggressiver? Wenn wir zum Drehen unterwegs sind, dann begegnen wir eigentlich immer nur Menschen im absoluten Ausnahmezustand in Extremsituationen. Überlebende, andere, die Familienangehörige oder Freunde noch unter den Trümmern haben. Und die natürlich wollen, dass alles dafür getan wird, diese Menschen zu retten oder dann noch wenigstens zu bergen. Und da ist tatsächlich die Stimmung manchmal aufgeheizt, auch aggressiv. Auch wir haben das schon erlebt. Was uns hier auffällt, ist, dass in den letzten Tagen die Polizeipräsenz enorm verstärkt wurde. Es ist auch sehr viel Militär auf den Straßen zu sehen. In den zehn Provinzen des Erdbebengebiets gilt ja auch der Ausnahmezustand. Die Türkei will hier ganz offensichtlich Stärke zeigen. Danke für diese Eindrücke aus Adana, Anne Brühl. Auch hierzulande leben viele, die Angehörige und Freunde in den Erdbebengebieten haben. Sie wollen unbedingt helfen, stoßen aber an Grenzen. Wer zum Beispiel seine obdachlos gewordenen Eltern schnell hierher holen will, tut sich derzeit schwer, weil die ein Visum für Deutschland brauchen. Jetzt verspricht die Bundesregierung Hilfe. Petra Otto berichtet. Seine Eltern haben das Beben überlebt. In Malatia, Ost-Anatolien, rannten auf die Straße, als das Haus erzitterte, sind jetzt notdürftig untergebracht bei Freunden. Mesut Husch würde sie gerne zu sich holen, am liebsten schon morgen. Ja, sie sind auch bedürftig, weil sie erstmal alt sind. Ich habe hier Platz, ich habe meine Möglichkeiten, die sind dann hier versorgt in warmem, kriegen Essen. Aber ohne Visum können sie nicht kommen. Und die Visumpflicht, sie gilt nach wie vor. Normalerweise dauert der Antrag Wochen. Jetzt haben viele nicht mal einen Pass. Der liegt oft unter den Trümmern. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin selbst kurdischer Herkunft tritt seit Tagen für schnelles Handeln ein. Entscheidend ist, dass die politische Haltung da ist, dass man sich den Ruck gibt und sagt, ja, diese Naturkatastrophe erfordert pragmatische Lösungen und deshalb wollen wir das machen. Und wenn wir es wollen, dann wird es auch gemacht. Heute scheint sich auch die Bundesregierung zu bewegen. Wir wollen ermöglichen, dass türkische oder syrische Familien in Deutschland ihre engen Verwandten aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können. Mit regulären Visa, die schnell erteilt werden und drei Monate gültig sind. Ob es jetzt ganz schnell geht und auch für seine Eltern gilt, die keine Dokumente bei sich haben, das ist wohl noch offen. Mesut Hush muss sich noch gedulden und viele andere auch, deren Angehörige im Erdbebengebiet ausharren. Wenn Sie den Menschen in der Türkei und in Syrien helfen wollen, können Sie das tun beim Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF Erdbeben Türkei Syrien. Alle Informationen gibt es auch unter spenden.zdf.de oder im ZDF-Text auf Seite 890. Oder Sie scannen den QR-Code. Nach Berlin. Dort gab es bei der Wahl im September 2021 so viele Probleme und Pannen, dass das Ganze wiederholt werden muss, und zwar morgen. Dabei ist so ziemlich alles offen, ob SPD-Bürgermeisterin Giffey im Amt bleibt und auch, ob die Hauptstadt weiterhin rot-rot-grün regiert wird. Im aktuellen Politbarometer lag die CDU deutlich vor SPD und Grünen. Silvia Blesmann über das Wahlkampffinale. Gemeinsam trauern und gedenken. Am letzten Wahlkampftag stehen alle Spitzenkandidaten der demokratischen Parteien zusammen. Mit vielen Menschen der Stadt, um Solidarität für die Erdbebenopfer zu zeigen. Berlin ist solidarisch und weltoffen, betont die regierende Bürgermeisterin. Man habe die Flüchtlingskrise bewältigt und ein Wirtschaftswachstum geschafft. Franziska Giffey will ihr Amt unbedingt behalten. Wer regieren will, muss eine politische Mehrheit organisieren. Und wir haben ein großes Interesse daran, dass das Rote Rathaus rot bleibt und dass die SPD weiter die führende Kraft in dieser Stadt bleibt. Auch Bettina Jarasch von den Grünen möchte Bürgermeisterin werden. Eine Linkskoalition unter grüner Führung ist ihr Ziel. Sie will die Stadt umbauen, mehr Klima und Mieterschutz, weniger Auto. Unsere Leute sind hoch mobilisiert, weil wir einfach wissen, dass es wirklich um die Entscheidung geht, gehen wir in eine grüne und gerechte Zukunft oder blockieren wir die und gehen sogar zurück. Und deswegen ist diese Wahlwiederholung auch eine zweite Chance, auch eine zweite Chance für Berlin. Auch die Linken wollen weiter mitregieren, setzen auf ihr klares Votum für eine Umsetzung des Volksentscheides zur Enteignung großer Wohnkonzerne und Hilfen für Benachteiligte in der Energiekrise. Wir wollen konkret, dass sich die sozialen Verhältnisse verbessern, dass der sozialen Spaltung entgegengewirkt wird, die Mietenprobleme angepackt werden. Und das haben wir in den Mittelpunkt gestellt. Selbstbewusst und optimistisch wirkt Kai Wegner im Endspurt. Seine CDU führt in allen Umfragen Silvesterkrawalle und Wahlchaos brachten der Stadt ein Katastrophen-Image. Das will er ändern. Wir gehen mit dem Ziel in den Sonntag, dass diese Stadt einen politischen Wechsel bekommt. Dass Rot-Grün-Rot abgewählt wird und dass wir einen Neustart hinbekommen. Und ein Wechsel in Berlin ist nur möglich mit einer ganz starken CDU. Zumindest die FDP wird Wegner an seiner Seite haben. Auch Spitzenkandidat Sebastian Czaja sieht eine Chance zu mitregieren. Wir wollen natürlich ein ordentliches Wahlergebnis erreichen, weil eine starke FDP erst den Wechsel in Berlin möglich machen wird und damit die Chancen für eine Reformkoalition steigen. Die AfD könnte zweistellig werden, profitierte von der Chaos-Wahl und den Silvester-Ausschreitungen. Wir punkten mit innerer Sicherheit. Wir punkten natürlich auch mit dem Thema Migration, ungesteuerte, ungeregelte Migration, mit dem Thema Clankriminalität. Bei der Wiederholungswahl soll nun alles klappen. Genügend Stimmzettel seien da, heißt es. Genügend geschulte Helfer auch. Ein zweites Mal soll die Wahl in Berlin nicht schief gehen. Schauen wir ins ZDF-Wahlstudio zu Bettina Schausen. Bettina, eine Frage ist ja, wie viele in Berlin sich überhaupt zu dieser Wiederholungswahl aufraffen werden. Ja, richtig. Und das ist ziemlich schwer vorauszusagen. Dabei hängt ganz viel jetzt davon ab, ob und wie die Parteien ihre Wählerinnen und Wähler mobilisiert bekommen. Die Grundstimmung, die hier vorherrscht angesichts der großen Problemthemen Verkehr, Wohnungsmarkt, Kriminalität, ist eine irgendwo zwischen Unzufriedenheit und Gleichgültigkeit. Die Arbeit des rot-grün-roten Senats wird mehrheitlich sehr kritisch bewertet. Aber dass es eine CDU-geführte Regierung besser machen würde, glaubt eben auch nur eine Minderheit. Das sind schon Berliner Verhältnisse. Die CDU hat laut der Forum Fragen, du sagtest es, die Chance nach mehr als 20 Jahren wieder stärkste Kraft zu werden. Die Frage, ob daraus dann ein Regierungswechsel wird oder alles bleibt wie bisher, das dürfte den Wahlabend morgen bestimmen. Wir melden uns hier ab 17.45 Uhr aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin. Bis dahin. Dankeschön nach Berlin. Bettina Schausten war das. In Frankreich sind erneut Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Allein in Paris versammelten sich Gewerkschaftsangaben zufolge, rund eine halbe Million Demonstrierende. Am Nachmittag kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Grund für die Proteste sind die Pläne der Regierung, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Erneut haben US-amerikanische Kampfjets ein unbemanntes Flugobjekt abgeschossen, diesmal über Alaska. Es habe den zivilen Luftverkehr gefährdet, so ein Regierungssprecher. Erst vor einer Woche war ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon vom Himmel geholt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, ist offen. In Hamburg haben rund 1000 Demonstranten gegen die Menschenrechtsverletzungen in Iran protestiert. Auf Plakaten und mit Sprechchören zeigten sie ihre Solidarität mit der iranischen Protestbewegung und forderten ein Ende des Mullah-Regimes. In Teheran feierte die Führung heute den 44. Jahrestag der Islamischen Revolution. Vor zehntausenden Menschen erklärte Präsident Raisi die systemkritischen Proteste für gescheitert. Jetzt zu einem, der nach dem Mauerfall bei vielen Hoffnungen weckte, auf eine andere DDR. Sein Leben lang blieb er überzeugter Sozialist. Heute ist Hans Modrow im Alter von 95 Jahren gestorben. Als letzter DDR-Ministerpräsident der Staatspartei SED verhandelte Modrow die Annäherung der beiden deutschen Staaten. Bis ins hohe Alter kämpfte er darum, die DDR in ein besseres Licht zu rücken und war bei der Linken aktiv. Henriette de Maizière erinnert. Er diente ein Leben lang seiner Partei. Von der SED über PDS bis hin zur Linken. Hans Modrow. Ich denke, ich habe eine Menge in meinem Leben politisch bewegen können. Wer sich einwill, dass man überhaupt unpolitisch leben kann, der irrt sich. Der gelernte Maschinenbauschlosser Hans Modrow machte nach dem Zweiten Weltkrieg in der neu gegründeten DDR schnell Karriere. Studierte in der Sowjetunion Wirtschaftswissenschaften. Einer, der sich auf der richtigen Seite wähnte. Wir waren schon der Überzeugung, dass bessere Deutschland entsteht im Osten. Und von dort wird einmal das vereinte Deutschland entstehen. Im Wendeherbst 1989 wurde Hans Modrow für viele zum Hoffnungsträger. Der SED-Bezirkschef in Dresden galt als besonnener Politiker. Er ging auf Bürgerrechtler zu, verhandelte mit ihnen am runden Tisch. Fünf Monate lang stand er an der Spitze des DDR-Ministerrats, begleitete die neue Ära. Die Regierung der DDR ist bereit, die Zusammenarbeit mit der BRD umfassend auszubauen. Umstritten indes bleibt Modrows Rolle bei einem Polizeieinsatz gegen Demonstrierende im Oktober 1989 in Dresden. Auch wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung wurde er nach der Wende verurteilt. Auf Bewährung. Seinem sozialistischen Weltbild blieb er bis zum Schluss treu. Den schnellen Vollzug der deutschen Einheit sah er stets kritisch. Hans Modrow, ein durch und durch politischer Mensch. Jetzt zur Biathlon-WM in Oberhof. Norbert, gestern das erste deutsche Gold, heute lief's nicht so gut. Ja, die Männer, die schwächelten heute etwas beim 10-Kilometer-Sprint. Bester deutscher Johannes Kühn auf Rang 8. Dafür räubten drei Norweger den kompletten Medaillensatz ab. Gold und Silber gingen an die Brüder Bö. Johannes Dines Bö ist der Beste der Besten. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die ehrenvolle Aufgabe, die Besten zu ehren. Nach einem Fehler liegen der Norweger Bö beim Stehenschießen zweimal im Glück im Nebel von Oberhof. Dazu der Schnellste auf der Strecke, Gold, ist bereits früh vergeben. Bester Deutscher Johannes Kühn bei 10 Schuss, 9 Treffer. Rang 8, eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung morgen. Das Podest aber, ein rhein-norwegisches Tarjebö gewinnt Silber. Bronze ist Dullerholm-Lagreit. Auch bei der Ski-Alpin-WM in Meribel keine deutschen Erfolge. Beste DSV-Athletin in der Abfahrt, Kira Weidle auf Platz 8. Jasmin Flury aus der Schweiz, rote Gold. Dagegen gleich vier deutsche Weltcup-Siege im Eiskanal. Überraschend vor allem ihr Triumph, Lisa Buckwitz mit ihrem ersten Weltcup-Sieg im Monobob in Innsbruck-Sieg vor der Australierin Walker. Weltmeisterin, neunte, fünfte, ganz vorn, aber Lisa Buckwitz. Und ganz vorn auch die deutsche Rodel-Elite in Winterberg. Max Langenhahn im Einzel mit seinem dritten Weltcup-Sieg in Folge. Bei den Doppelsitzern Wendel-Alt nach Sieg heute. Wieder die Führenden im Gesamtweltcup und last but not least bei den Frauen nicht zu stoppen. Cheyenne Rosenthal und Jessica Degenhardt. Heute hat einfach alles ein bisschen gepasst und ich bin mir sehr glücklich, dass es endlich mal geklappt hat. In Winterberg und Innsbruck heute die deutschen Teams. Das Maß der Dinge. Ja und endlich sind auch wieder die deutschen Skispringer erfolgreich, dank Andreas Wellinger. In Lake Placid gewinnt er durch einen 125,5 Meter Sprung im zweiten Durchgang vor dem Japaner Ryoyo Kobayashi. Das ist sein vierter Weltcup-Sieg. Karl Geiger achter, Markus Eisenbichler zehnter. Drei Deutsche also in den Top Ten. Zur Fußball-Bundesliga. Da feiert der BVB seinen sechsten Pflichtspiel-Sieg in Serie durch den Erfolg in Bremen. Hier die bisherigen Ergebnisse des 20. Spieltags. Werder unterliegt Dortmund 0 zu 2. München gewinnt klar gegen Bochum mit 3 zu 0. Hoffenheim verliert auch mit dem neuen Trainer Matarazzo 1 zu 3 gegen Leverkusen. Mainz besiegt Augsburg mit 3 zu 1. Freiburg schlägt Stuttgart durch zwei Elfmetertore 2 zu 1. Das Abendspiel Leipzig gegen Union. Und bereits gestern trennten sich Schalke und Wolfsburg 0 zu 0. Blick auf die Tabelle. Die Bayern bleiben Erster. Drei Punkte dahinter jetzt Dortmund. Union Dritter. Freiburg erstmal rauf auf Rang 4 vor Leipzig. Frankfurt Sechster. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Gladbach. Und am Tabellenende alles unverändert. Stuttgart 16. vor Hertha. Und Schlusslicht Schalke. Und das Topspiel. Leipzig gegen Union bei uns um 23 Uhr. Im aktuellen Spartstudio. Toller Besucher. Rudi Felder kommt und DFB-Präsident Neuendorf. Ja, freuen sich schon alle. Sind gespannt. Ja. Denke ich. Der Sonntag wird nur im Südwesten länger sonnig. Ansonsten gibt es viele Wolken. Die Details hat gleich Christa Orben. Das heute Journal um viertel vor elf mit Christian Sievers. Und hier übernimmt morgen Mitri Sirin. Danke für Ihr Interesse. Ein schönes Wochenende noch. Und auf Wiedersehen. Ja, guten Abend. Die Tage werden jetzt wieder länger, die Sonne kräftiger. Zeigen konnte sie dies heute aber nur im Südwesten. Sonst gab es viele Wolken. Und das ist auch morgen mit diesem Hochdruckgebiet so. Ab Montag sorgt das stabile Hoch dann aber dafür, dass sich auch im Rest des Landes wieder häufiger die Sonne zeigt. In der Nacht verhindern die Wolken jetzt zuerst einmal die Auskühlung. Frostig ist es nur im Süden mit bis minus 5 Grad. Hier auch oft klar. Der Wind im Nordosten lässt schnell nach. Aus den Wolken fällt vor allem am Nordrand der Mittelgebirge immer mal wieder Sprühregen. Das gibt vereinzelt Glätte im Bayerischen Wald. Ja, und in den Frühstunden, da bildet sich im Süden und in der Mitte dann verbreitet Nebel. Morgen Vormittag ist es dann eben auch häufig hoch. Nebelartig bedeckt, stark bewölkt. Letzte Tropfen fallen Richtung Osten. Hier auch am Nachmittag noch die kompakteste Bewölkung. Im Westen kann es mal etwas auflockern. Am längsten sonnig ist es ähnlich wie heute im Südwesten des Landes. Der Wind weht nur schwach um das Hochzentrum. Im Norden aus West, im Süden aus Ost. In Ostbayern dann auch am kühlsten mit 4 bis 6 Grad. Sonst erreichen wir Mainz 8 bis 11 Grad. Und die Temperaturen in der neuen Woche hängen sehr davon ab, ob die Sonne scheint, dann sind bis 12 Grad möglich. Oder ob der Dauernebel bleibt, dann sind es nur 4 Grad. Es wird aber eine ruhige erste Wochenhälfte mit einer typisch winterlichen Sonnen-Nebel-Mischung. Tschüss.